Leute, es ist passiert! Mein allererstes Fan-Paket ist angekommen! Oh mein Gott! Moin Moin Leute, was geht? Ich kann's gar nicht glauben. Der liebe Greg hat mir ein Paket geschickt. Und er hat gesagt, ihr sollt's auspacken und mich natürlich freuen. Also ich bin sehr gespannt und ich freue mich schon überhaupt riesig, dass mir jemand was zugeschickt hat. Das ist nicht selbstverständlich und das finde ich auf jeden Fall eine super Sache von Dear Greg. Und ich guck mal, was da jetzt drin ist. Das machen wir nämlich jetzt auf. Ja, er hat's auf jeden Fall sehr gut gemeint. Man sieht das hier mit Panzertape. Müssen wir mal irgendwie jetzt mal aufmachen. So, dann beginnen wir jetzt. Also ich glaube, er hat das gut gemeint mit dem Panzertape. Aber egal. Ich hab's ausbekommen. Nur ein bisschen mutwillig. Aber egal. Wir fangen an mit Item 1. Und Item 1, hab ich schon gesehen, ist... Ach, geh mal nicht raus hier. Das ist Scream, ne? Boah, Scheiße hier. Entschuldigung, wenn ich Scheiße sag. Aber es ist Scream. Ja, das ist schon mal sehr nice. Ich bin der Meinung, ich hab den auch geschnitten. Also das freut mich auch immer sehr. Er hat nämlich hier draufgeschrieben. Ungeschnitten ist, nur die falsche Wille ist. Auf jeden Fall sehr lieb gemeint, ne? Ich mein, ich schreib da was hin. Ich hab mich trotzdem drüber gefreut. Das ist schon mal sehr geil für mich. Einmal Scream, ne? Aber 18. Bin ich schon 18? Ja. Dann kommen wir zu dieser Item 2. Und ich greife mal hier rein. So, dann haben wir Item 2. Das ist eine Tüte. Eine Tüte von Guardians of the Galaxy. Plastiktüten an die Macht. Das ist Beef Jerky Original. Von Jack Links. Das find ich schon mal geil. Ich hab sowas nie gegessen. Das werde ich dann mal jetzt hier nicht essen, weil ich hab grad schon gegessen. Es gab grad nämlich Frikadellen mit Kartoffelpüree und Rotkohl. Deswegen tut mir leid, Greg, sonst hätte ich es probiert. Aber das sieht schon sehr geil aus. Was ist das denn? Das ist doch Rinder. Rinderfleisch, ne? Dann kommen wir zu Item 3. Es fängt hier wieder an zu regnen. Das ist auch nur echt ein Mistwetter. Ich glaub, das Red will mich dick machen. Alter, das ist ja geil. Okay, Pepper King, extrem scharf. Woher weißt du, dass ich extrem scharfe Sachen mag? Habanero Kesselschips. Ey, Alter, er weiß sogar, dass ich Kesselschips mag. Kannst du hell sehen? Ja, das sieht doch schon mal sehr nice aus. Pepper King Habanero Chips. The Winter Edition von Red Bulls Wätschgel Zimtenelke. Ja, den mach ich jetzt auf. Ich hab so ein gewissen Durst. Den kann man sogar trecken. Einmal hier Red Bull. The Winter Edition. Krieg ich jetzt auch Flügel und verleiht mir Flügel. Irgendwie nicht. Naja, auf jeden Fall, das ist dann Item 4 gewesen. 1, 2, 3. Gut, wenn ich die Tüte mitnehmen würde. 4,5. So. Ich hab Spaß auf jeden Fall. So, dann kommen wir zu... Ich muss nochmal gucken, ich hab das falsch gesagt. Item 5. Und ich seh da, glaub ich, das ist was von Funko. Richtig geil. Streetfighter. Hat er mir eine Streetfighter-Figur geschickt. Akuma. Ich überleg grad, wer das ist von Streetfighter. Also ich hab's auf jeden Fall damals gezockt. Er hat Streetfighter nicht gezockt. Am besten fand ich immer noch super Streetfighter. Da ist er, der Akuma. Auf jeden Fall sehr geil. So, kommen wir zu Item 6. Und wenn, wenn das leer wäre, dann wäre das halt so. Okay, das sind Bleistifte von 6-Files. Ich muss sagen, ich hab mir noch nie Akte X angeguckt. Schande über meinen Hauch. Das hat mir auch nie so gereizt. Deswegen kann ich leider nicht sagen, wieso so gesehen diese... Warum das so ist. Das ist ja Mulder. Scully und Mulder. Nee, war das Mulder nicht? Alter. Oder ist... Ich hab gar keine Ahnung. Weißt du das? Was lachst du da hinten? Meine Frau lacht schon. Ich hab echt kein Fly. Ich hab Akte X nie geguckt, ne? Aber ich find's auf jeden Fall sehr geil. Ich glaub, die sind auch so Lootcrate. Ja, richtig. Aber ich würd mir die trotzdem hinstellen, weil das ist auch so Stück halt... Filmgeschichte, ne? Oder Seriengeschichte. Das ist X-Files. Pencil Set. War nicht X-Files sogar der Film? Ach, richtig. Ich hör auf. Das wird schon zu peinlich. Lach da nicht. Kommen wir zu Item 7, weil ich hab nämlich nämlich noch gemerkt, da ist noch was drinne. Du bist doch irre, ey. Was ist das denn? Das ist geil. Aliens. Oh, hier ist ein Rätsel drinne. Steht da Cock Krispies? Was? Okay, das ist aber C-O-G. Okay, das ist eher Ed Schwanz gesagt. Naja, egal. Oh man, ich find der hier schon was zu lachen hier. Ähm, so. Einmal Aliens. Richtig nice. Das freut mich richtig. Und mal gucken wir mal, wie die aussieht. Ja, geil. Wenn meine Frau mal fertig ist mit dem Alien, dann kann ich euch das auch immer zeigen. Da kommt ja endlich mein Aufgebauter mit. Also die Königin und der Bischop. Bischop war der Druidl. Also der Roboter aus dem ersten Teil. Ich bin doch der Meinung, ich hab den jetzt vor kurzem noch gesehen. Ist der nicht? Ich will ja auch nicht spoilern. Ah, scheiße. Aber ist das aus dem zweiten Teil, Bischop? Ja, richtig nice. Also das feier ich grad dermaßen. Dir kommt's auf jeden Fall in mein Regal rein. Also richtig geil, würd ich, Greg. Alle Achtung auf dich. Also ich find, ich find die Box. Also da könnten sich manche Leute wirklich ne Scheibe abschneiden. Wenn man das so machen würde. Hammer, echt würd ich, Greg. Daumen hoch. Ja, ihr merkt schon, ich bin fassungslos. Und das ist wirklich so, weil ich sag ja immer noch wieder, ich kann das dreimal sagen. Es ist nicht selbstverständlich, ne? Ja, dass ihr mir so ein Paket schickt. Und ja, auf jeden Fall, mal gucken, was ihr denn zu der Box sagt. Ich freu mich auf jeden Fall riesig. Ähm, ja. Erstmal drück ich nochmal ein, zwei Schritt drückt. Ab in die Kommentare. Greg, wie gesagt, echt Daumen hoch für dich. Ja, wenn ihr das Video ein Like gebt, gebt das Video ein Like. Was glaub ich eigentlich für ne Scheiße hier heute. Und ich würd sagen, Leute, lasst gerne noch ein Abo hier. Und dann würd ich sagen, Leute, bis denn und schau und BÄM! Ich muss sagen, ich kann jetzt die Bedeutung nicht... Mir ist ja so... Vergröpfen. Das ist wie ein To-Take-Rein. Entschuldigung, Leute. Das war das Essen und hier die Röcke holen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020